Ich bin der Altimo Lichi, ich bin 18 Jahre alt und meine Position ist im Verteidiger. Was waren deine bisherigen Vereine? Der Karlsruher SC und SKV Routestang. Wer ist dein Vorbild? Sergio Ramos. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA oder spielst du doch lieber Pro Evo? Bei FIFA Real Madrid. Was sind deine persönlichen Ziele? Fußballprofi werden. Und in der Mannschaft natürlich auch, oder? Ja, auf jeden Fall vielleicht aufzusteigen, aber auf jeden Fall immer das Beste rauszuholen mit der Mannschaft.